In dem heutigen Video erzähle ich euch, warum ich in den iShares Digital Security ETF investiere und was mein Gedankengang dahinter ist und warum ich glaube, dass in den nächsten Jahren der iShares Digital Security ETF den MSCI World outperformen wird. Ja, fangen wir direkt an und ich fange damit an zu erklären, was überhaupt mein Gedanke hinter diesem Investment ist. Denn wir wissen alle, digitale Sicherheit wird immer wichtiger. Und nicht nur das, auch die Unternehmen, die mit der digitalen Sicherheit ihr Geschäft machen, heißt Lösungen anbieten, damit das Geschäft einfach sicherer verstanden geht online, die machen in meinen Augen ein ziemlich oder werden ein ziemlich gutes Business über die nächsten Jahre machen. Denn der Trend ist einfach ganz klar. Wir sehen eine Trendverschiebung zu immer mehr Investments in digitaler Sicherheit. Und genau davon profitieren die Aktien in diesem ETF. Das werde ich euch gleich direkt zeigen und untermauern mit interessanten Artikeln. Wir sehen hier, 2020 waren 88% der deutschen Unternehmen im Brottenverband von digitalen Angriffen betroffen. Dabei verursachten Cyberangriffe allein in Deutschland zuletzt einen jährlichen Schaden in Höhe von 220 Milliarden Euro. Und das alleine in Deutschland. In den USA ist das nochmal viel größer, das ganze Thema. Und vor allem, da wurde jetzt auch eingeführt, dass Unternehmen es melden müssen, wenn sie Opfer eines digitalen Angriffs wurden, also eines Hackerangriffs. Und dann wird es auch veröffentlicht. Dadurch wird es zwangsläufig dazu kommen, dass immer mehr Leute auch dort mehr investieren. Das hat natürlich auch einen Reputationszweck. Und auch allein für die Unternehmenssicherheit ist es ganz wichtig, dass sie hier nichts anbrennen lassen. Und die Tendenz ist natürlich dazu immer, dass es immer mehr Angriffe gibt. Heißt, Unternehmen sind immer mehr dazu gezwungen, auch in ihre IT-Sicherheit zu investieren. Und genau dort setzen die Unternehmen an in diesem ETF und profitieren. Also auf jeden Fall ein zukunftsträchtiges Geschäft, meiner Meinung nach, was hier auch die Daten einfach so zeigen. Eine weitere ziemlich interessante Nachricht, beziehungsweise ein Artikel, der wurde hier geschrieben von PwC. Und hier wurde gesagt, dass von den Investoren 41 Prozent, das die größte Sorge ist, die digitale Sicherheit und die Bedrohung, die damit einhergeht. Und die Bereitschaft, es zu verbessern, liegt bei 64 Prozent der Investoren und bei 47 Prozent des CEOs. Heißt, hier ist eine relativ einige oder einheitliche Meinung, dass wir hier in diesem Thema eine deutliche, deutliche Verbesserung der Systeme haben müssen. Und auch Geld in die Hand nehmen müssen, um dort das zu verbessern. Es ging so weit, dass 2017 auf Platz 5 noch war, der größten Concerns, also der größten Unsicherheit, beziehungsweise der größten Sorgen. Und mittlerweile ist die digitale Sicherheit auf Platz 1 mit 41 Prozent. Dahinter kommen geopolitische Unklarheiten mit 39 Prozent. Aber immer noch, beziehungsweise auf einmal auf Platz 1 sind auf jeden Fall die Sorgen um die digitale Sicherheit. Und das ist auf jeden Fall eine Sache, die du hören willst, wenn du in Cybersecurity-Unternehmen investierst. Genau, zurück und jetzt gucken wir uns mal einfach genauer die Daten an. Bevor wir das machen, schauen wir uns erstmal den Chart an. Und wir sehen hier, dass wir seit der Corona-Pandemie in 2020 hatten wir den starken Abverkauf, aber seitdem laufen wir sehr stark. Auch dieses Jahr sind wir ganz gut nach oben gelaufen. Und damit haben wir eigentlich auch einen relativ intakten Aufwärtstrend seit einer geraumen Zeit. Wir sehen hier, etwas sind wir nach unten gegangen und das hat mit der jüngsten Vergangenheit zu tun, mit Palo Alto Networks. Die hatten hier gewisse Strahleneffekte auf die ganze Branche, aber meines Erachtens eine gewisse Überreaktion. Aber man muss sagen, wir sind auch sehr stark gelaufen, deswegen alles noch im grünen Bereich, was sich hier charttechnisch abspiegelt. Vorab, ich investiere hier monatlich Geld, also ich mache das über einen Sparplan, ich mache das nicht mit einem Einmalinvestment. Ich habe am Anfang ein Einmalinvestment getätigt und jetzt mache ich das über einen Sparplan und lasse es einfach ganz passiv nebenbei herlaufen. Wir gucken uns direkt hier die Zahlen an. Wir sind ja ein thesaurierender ETF, also die Dividenden werden wieder zurück reinvestiert. Die Kostenquote ist bei 0,4% im Jahr. Das Fondsvolumen ist bei 1,4 Milliarden Euro und damit auch wirklich kein kleiner Fonds, eigentlich eine relativ angenehme Größe. Anzahl der Position 102, heißt auch nicht super diversifiziert, aber auch in meinen Erachtens nicht zu wenig. Also ich finde 102 ist eine gute Zahl bei diesem Sektor-ETF. Man muss ganz klar machen, das ist hier eine absolute Sektorwette und in Bezug darauf denke ich auch, dass wir den MSCI World schlagen. Aber das habe ich euch ja gerade gezeigt, unter welchen Aspekten ich das glaube, wenn die auch so weiterhin eintreffen. Das kann natürlich keiner sagen. Ganz wichtig, ich bin ja auch kein Anlageberater. Ich setze jetzt hier einen Blick in die Glaskugel. Aber ja, soweit dazu. Wir sehen hier, 22% machen die Top 10 aus. Das ist jetzt auch nicht eine super Übergewichtung, das ist eigentlich voll im Rahmen. Und ja, damit eigentlich auch ein relativ gleich aufgeteilter ETF, muss man sagen. Bevor wir uns jetzt die Allokation anschauen, noch ein kleiner Einschub von dem Sponsor des heutigen Videos. Und dann sehen wir uns gleich direkt danach wieder. Dieses Video ist gesponsert von XTB. Das ist der Broker meines Vertrauens und ihr könnt hier bis zu 100.000 Euro kommissionsfrei handeln. Ab einer Mindestordergröße von 10 Euro. Auf euer nicht investiertes Kapital kriegt ihr bis zu 3,8% Zinsen. Zusätzlich hat dieser Broker extrem gute Auszeichnungen bekommen. Er wurde der CFD-Broker des Jahres 2023 und hat hier noch weitere Preise gewonnen. Zusätzlich hat XTB jetzt auch Sparpläne auf den Weg gebracht. Heißt, ihr könnt Trading und langfristig investieren mit Sparplänen in einer App bzw. einem Broker vereinen, was ich extrem gut finde. Für mich persönlich die beste Allround-Lösung, extrem günstige Konditionen, extrem viel Auswahl und vor allem alles in einer App bzw. einem Broker zu haben, finde ich unschlagbar. Wenn ihr euch ein Konto eröffnen wollt, dann drückt mal unten in der Videobeschreibung auf den Link, da kommt ihr zum Broker und da würde ich sagen, geht es weiter mit dem Video. So, jetzt sind wir bei der Allokation des ETFs und wir sehen hier, fast 70% ist USA und danach kommt Japan. Heißt, die USA-Gewichtung haben wir ähnlich wie beim MSCI World, dort sind das ja auch 70%. Auf Platz 3 sind es dann Taiwan mit 3,69% und Deutschland mit 3% und der Rest ist eigentlich verschwindend gering. Und das sind sozusagen die Hauptakteure bzw. die Hauptländer, wo die hier vertreten sind. Von den Regionen her, Nordamerika mit 70% danach Asien und ein Ticken noch Europa, der Rest ist eigentlich nicht erwähnenswert. Wir sehen jetzt hier die Top 10 Holdings von dem ETF und auf Platz 1 Crowdstrike kennt man auf jeden Fall. Seascaler kennt man auch, Palo Alto Networks, das ist die, wo ich vorhin gerade erzählt habe, die hier einen etwas stärkeren Kursverfall gesehen haben, hier auf Monatssicht. Aber wenn wir jetzt hier mal rauszoomen, auf 5 Jahre Sicht, ja, sieht man es eigentlich kaum noch. Also, ja, hier auf 3 Jahre Sicht sieht man es schon noch. Aber meiner Meinung nach eine Überreaktion, ich denke, die fangen sich auf jeden Fall wieder. Dem Chartverlauf von dem ETF selber hat es jetzt nicht viel abgezogen, muss man sagen. Auch wenn es kleine Strahleneffekte hatte auf die ganze Branche. Aber meines Erachtens ist es jetzt keine Sache, die langfristig hier irgendwie einem im Weg stehen sollte. Ganz wichtig zu erwähnen, ich halte diesen ETF jetzt auch, beziehungsweise ich werde diesen ETF jetzt auch über eine lange Zeit halten. Ich habe nicht vor, den zu verkaufen. Ich sage niemals nie, wenn irgendwas Schlimmes passiert und ich dringend Geld brauche, dann, ja, ist was anderes. Aber ich plane auf jeden Fall erstmal, den mal mindestens 10 Jahre zu halten. Ich gehe aber eher in die Richtung 20 Jahre. Deswegen sind so kurzfristige Schwankungen auch eher eine Chance. Genau, Cloudware kennt man auch noch von den Top 10, ist auch noch mit drin, hatte ich ja auch schon im anderen Video noch vorgestellt. Dort könnt ihr auf jeden Fall auch nochmal reingucken. Ist auf jeden Fall auch eine Aktie, die mir sehr gut gefällt und auch, ja, ganz gut gelaufen ist die letzten drei Jahre. Beziehungsweise nicht die letzten drei Jahre, das wäre, ja, das ist falsch. Aber das letzte Jahr auf jeden Fall sehr gut gelaufen ist. Genau, das sind die Top-Allokationen und ich bin davon, ja, relativ überzeugt, aber logischerweise, ich kann es auch noch nicht wissen, dass wir, oder beziehungsweise ich, mit diesem ETF ganz gut fahren werde in den nächsten Jahren. Ich denke, die Richtung, beziehungsweise der Trend ist in die richtige Richtung. Ich denke, der digitale Sicherheitsaspekt wird immer wichtiger werden. Und, ja, ich denke auf jeden Fall, das wird ein Aspekt sein, wo viele Firmen auch noch mehr Geld investieren werden, als sie jetzt schon tun. Und das ist eigentlich genau der Hintergrund, in dem ich hier auch investiert habe. Ihr könnt gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben, es würde mich wirklich sehr interessieren, wie ihr dazu steht. Und, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Abo auf diesem Kanal da und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.